Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, ich mache es ganz kurz an die Herren rechts. Letzte Plenarsitzung, waren Sie körperlich anwesend? Das haben wir soweit vernommen. Ob Sie geistig anwesend waren, stelle ich hier heute mal in Frage. Könnte aber auch sein, dass Sie einfach vergessen haben, dass Sie im Februar schon einen inhaltsgleichen Antrag hier eingebracht haben. Könnte aber auch sein, dass Sie einfach denken, wir wären vergesslich. Kann ich Sie beruhigen, sind wir nicht. Aber wir haben einen guten Ratschlag für Sie. Lesen Sie doch einfach mal, und das bitte sehr sorgfältig und aufmerksam, das Protokoll der letzten Plenarsitzung hier, insbesondere die Ausführungen zum Tagesordnungspunkt 10. Da steht nämlich alles drin, was Sie zum Bürokratieabbau in unserem Land wissen müssen oder eigentlich auch schon wissen müssten. Mehr ist zu diesem Antrag nicht zu sagen. Herzlichen Dank und Glück auf.